Also ihr meldet euch an, klickt auf meine Seite und wie immer sieht es bei jedem gleich aus. Erst kommt die letzte Aktivität hier, dann dein Profil, dann deine Fotos und deine Kommentare. Aber nun kannst du das ändern, indem, sagen wir mal, du wirst deine Fotos ganz oben, klickst hier drauf und ziehst das Ganze nach oben. So, das war es schon. Und du willst zum Beispiel dein Profil hier oben hin. So, fertig. Du kannst rüberziehen, wie du willst. Du willst deine Musik hier hin haben. Du willst die Umfrage hier, die kannst du nicht ändern. Und wie du willst einfach. Du kannst hier alles ändern. Du kannst hier nicht machen, du hier degener wasst. Du bist japlain. Vielen Dank.